Okay, ihr wolltet alle einen zweiten Teil sehen von diesen Five Nights at Freddy's und deswegen hab ich den zweiten Teil geholt und ich möchte nicht, ich möchte einfach nicht nochmal einen Jumpscare erleiden. Einfach kein Jumpscare, mehr will ich gar nicht. Gib mir einfach kein Jumpscare. Okay, also das ist das Intro. Ah ne, Moment mal, wir sind schon im Spiel? Nein, du verarschst mich. Oh! Oh! Warum fängt das so an? Keine Jumpscares bitte! Okay, Five Nights at Freddy's 2. Oh, die End hat sich bewegt! Die End hat sich bewegt! Oh, ich will gar kein neues Spiel erstellen. Wir gehen rein, Help Wanted. Oh, wer geht denn auch zu so einer gruseligen Sache hin? Also, wenn ich bei irgendeinem Job, äh, ne Job annehmen will, dann gucke ich, dass es da nicht so gruselig ist, wie in diesem Scheißladen hier. Die erste Nacht. Ah. Oh. Ernsthaft? So ein kleines Törchen? Da kann wer durchkrabbeln? Ihr auch? Hello? Hello, halt's Maul, hello! Oh! Legt, legt scheiß Telefon auf, Junge! Der will mir noch irgendwelche Tipps geben auf Englisch. Ich kann erstens kein Englisch. Und zweitens... Ist das viel zu gut? Warum ist hier ne Maske? Ich versteh's nicht. Oh. Warte mal. Das heißt, wenn wir die Maske aufziehen, denken die, dass wir auch einer von denen sind? Hey, 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 hey. Das wär ein gutes Spiel, wo wir die sind, die erschrecken. Darauf hätt ich viel mehr Lust. Okay, also, Cam 9 sind welche. Hier ist keiner entspannt. Ja, also nur Cam 9 sind welche, ne? Das Kuh... Aaaaah! Was zum Fick ist das? Soll das ein süßer Junge sein? Es ist kein süßer Junge. Und die Kameras bewegen sich auch hin und her in diesem Teil. Okay, ich habe alle Kameras abgecheckt und es ist wirklich nur hier. Was ist los? Press Hold CTRL. Für Taschenlampe können wir benutzen. Aber was ist CTRL? Keine Ahnung, was CTRL ist. Vielleicht die Buchstaben CTRL? Nee. Hm, dann scheiß auf die Taschenlampe. Ah, wir müssen ja auch auf unser Akku achten, stimmt. Was ist mit hier? Warum ist hier so ein leerer, dunkler Raum vor mir? Wie gehe ich damit um? Und das Ding ist, hier kann ich ja nicht mal irgendwas schließen. Ich kann mir nur diese scheiß Maske anziehen. Und der am Telefon redet immer noch? Ernsthaft? Ah. Die erste Nacht ist ziemlich entspannt. Bisher hat sich noch nichts getan. Außer, dass die ganze Zeit irgendeiner durchgeht am Telefon redet. Wie kann man überhaupt so eine lange Nachricht am Telefon hinterlassen? Also diesmal sind es nur... Ah, drei Figuren. Ich habe erst nur zwei gesehen. Oh! Warum ist hier so ein Achtung-Zeichen? Oh, Achtung! Hier steht Achtung! Warum steht hier Achtung? Wind-up Musikbox. Click and hold. Okay, und was bringt mir das? Warum muss ich eine Musikbox zurückdrehen? Ich muss ab und zu eine Musikbox drehen? Warum das denn? Oh Mann, der Typ fragt mich hier richtig ab. Ich höre was! Ich habe was gehört, ich schwöre! Ich lasse diese Maske. Diese Maske bleibt für immer auf. Diese Maske wird einfach durchgehend auf an meinem Gesicht bleiben. Nein! Ich lasse diese Scheiß-Maske jetzt an. Weil ich werde mich nicht erschrecken hier. Oh nein! Warum ist hier ein Achtungs-Zeichen? Oh, wieder die Spieluhr? Warum muss diese Scheiß-Spieluhr die ganze Zeit wieder neu drehen? Das verstehe ich nicht. Okay, hier sind anscheinend noch alle da, oder? Ja. Okay. Es sind noch alle da. Nein! Einer fehlt jetzt! Einer fehlt! Oh nein, er war hier! Er war hier! Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Ich schwöre auf alles, ich habe ihn gesehen! Maske ist an. Meine Maske ist an. Ich habe es verstanden. Die können hier durch diesen großen Raum gehen. Und ich muss wieder diese Scheiß-Musikbox drehen! Warum überhaupt? Kann man da... Ah, Taschenlampe! Oh! Da war... Da war diese Ente! Ich muss die Maske tragen! Oh, Taschen... C-T-R-L-S-T-R-G! Ach so! Und wie lange können wir diese Maske jetzt aufbehalten? Nimm die Maske nicht ab! Atme ruhig! Ruhig atmen! Mach mir nach! Ruhig atmen! Ruhig atmen! Ruhig atmen! Nein, die Musikbox! Äh... Ja, aber... Die Ente bewegt sich ja gar nicht! Also ist doch alles entspannt! Oh, die Musikbox muss wieder aufgedreht werden! Okay, solange sie nicht näher kommt... Ist ja alles gut, anscheinend! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin einer von euch! Ich schwöre! Ich bin einer von euch, Leute! Sie haben mir geglaubt! Ha, ha, ha! Oh mein Gott! Kurz ein paar Fotos für mich, bitte! Ah! Yeah! Ah! Ah! Uh! Ah! Ah, die scheiß Musikbox! Was passiert denn, wenn ich sie nicht aufdrehe? Nö! Ich drehe sie jetzt nicht mehr auf! Ich höre jetzt auf... Oh mein Gott! Er ist direkt vor meiner Fresse! Wir haben es geschafft! Ha! Ich bin jedes Mal kurz davor zu sterben bei diesem Spiel! Jedes Mal! Okay, fangen wir nochmal an und gucken, ob alle da sind! Sind alle da? Ente! Scheiß Teddybär! Und was auch immer dieses blaue ist! Kaninchen oder so! So lange sich hier nichts bewegt! Aber diesmal scheißen wir auf die Musikbox! Juckt mich nicht! Irgendwie hat er nie was anderes zu trinken! Immer diesen scheiß Becher! Und warum ist die Ente auf einmal sexy dargestellt? Ah ja! Oh! Die Musikbox funktioniert nicht! Juckt mich ein Scheißdreck! Es jockselt mich ein Scheißdreck! Es passiert gar nichts! Warum habe ich diese scheiß Musikbox die ganze Zeit aufgedreht? Hier sind doch alle da! Ah! 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 Nein! Nein! Stopp! Nie wieder Five Nights at Freddy's! Nie wieder Five Nights at... Nie wieder spiele ich dieses Spiel! Das tue ich mir nicht mehr an! Das tue ich mir nicht mehr an! Scheiß auf dieses Spiel!